Das war der Anfang der Apokalypse, die die gesamte Welt erfassen wird. Das ist jetzt fünf Jahre her. Mein Name ist Alice. Die letzten Überlebenden folgten einem Radiosignal nach Alaska. Hier spricht Arcadia auf der Notfallsequenz. Wir bieten Schutz und Sicherheit, Essen und Zuflucht. Aber gefunden habe ich nur. Claire, wer hat dir das angetan? Umbrella. Wir dürfen nicht aufgehen. Nur wenn wir das Signal orten können, haben wir eine Chance zu überlegen. Hier spricht Arcadia, wir bieten Schutz und Sicherheit, Essen und Zuflucht. Luther! Komm her! Die Verantwortlichen für diese Katastrophe sind abgetaucht. Die Umbrella Corporation fühlt sich sicher. Alles ruhig hier. Sie fühlen sich sicher. Irrtum. Welche nette Überraschung. Und wir ziehen sich sicher. Wir lassen sich sicher. Unsere nette Überraschung. Wir lassen sich sicher. Jungs. Behandelt man so eine Lady?